hallo zusammen dieses video heute ist für mich eine reine herzensangelegenheit und ich möchte euch einladen mich auf meiner kleinen zeitreise zu begleiten wir sind ja vor kurzem auf unserer mittelgebirgstour in deutschland unterwegs gewesen und am vorletzten abend sind wir in das kleine beschauliche städtchen witzenhausen gekommen und das ist für mich eine kindheitserinnerung das letzte mal war ich da 1975 und jetzt möchte ich sehen was ich da alles so wiedererkenne und ich bin echt überrascht dass es nämlich ganz schön viel witzigerweise habe ich gar nicht so genaue erinnerungen daran weil ich auch wirklich nur ein paar mal da gewesen bin in den ferien auf verwandtschaftsbesuch und als erstes habe ich tatsächlich das hotel zur krone wiedergefunden da hat mein opa sein leben lang gearbeitet als kellner das hotel ist leider nicht mehr in betrieb warum weiß ich nicht ich habe hier draußen im schaukasten einige alte fotos entdeckt aber habe darauf nichts wiedererkannt dann wusste ich noch dass man nur ein paar schritte von da aus gehen muss und dann ist man in der marktkasse 13 und das ist das eltern beziehungsweise sogar geburtshaus meines vaters das ist ein 500 jahre altes fachwerk haus mit ganz schiefen wänden und schiefen böden und ich habe dieses haus auch tatsächlich wiedererkannt das ist papas elternhaus ich kann mich genau an diesen eingang erinnern als nächstes gehen wir weiter in die obere mühlstraße 4 da haben meine tante und mein onkel gewohnt die hatten damals ein malergeschäft und ich wusste auch da man muss nur ganz kurz in die straße rein dann ist auf der rechten seite aber ich habe es nicht auf anhieb wiedererkannt weil in dem ehemaligen malergeschäft jetzt ein fotoladen ist und sieht alles ein bisschen anders aus die freundliche besitzerin hat mir erlaubt ein paar fotos zu machen und ja so sieht das hier aus wir gucken uns jetzt das städtchen noch ein bisschen an und verbringen den abend hier in witzenhausen als nächstes werden wir was leckeres essen gehen und auch da überrascht mich eine ganz witzige erfahrung das ist im prinzip eine geschmacks erinnerung ich glaube ich habe das letzte mal vor keine ahnung 50 jahren weggewerk gegessen das hat meine oma immer mitgebracht von hier weil die kam hier aus dem nachbarort trubenhausen meine tante miele kam aus dem anderen nachbarort hundelshausen und ja ich probiere das jetzt mal so das ist weggewerk eine kindheitserinnerung das hat meine oma immer gegessen und hat uns das immer von hier aus mitgebracht ich bin gespannt ob mein magen das verkraftet aber es muss sein und der salat schmeckt auch wie bei oma genau so hat es immer geschmeckt krass da hoch ok ist doch zu kann man nicht hoch tor vor so und hier übernachten wir heute nacht hat sieben euro gekostet es gibt wasser und strom und auch entsorgung sehr schön alles das einzige was ich jetzt nach wie vor nicht weiß ist wie meine oma und mein opa sich kennengelernt haben ich weiß nur dass die beiden sich immer irgendwo auf einer bank getroffen haben abends mein opa ist dafür ganz weit zu fuß oder mit dem fahrrad da hingekommen dann haben sie eine stunde lang ganz verträumt auf dieser bank gehockt und händchen gehalten und dass das die basis ist zu heiraten und ein leben lang zusammen zu bleiben das finde ich schon echt phänomenal nur wie sie sich kennengelernt haben weiß ich wirklich nicht mehr und es interessiert mich brennend und ich glaube das wird mir meine tante inge demnächst noch erzählen das war meine kleine geschichte ich hoffe es hat euch gefallen und bleibt alle gesund lasst es euch gut gehen bis bald eure sylvie und bleibt alle gesund auch Untertitelung des ZDF, 2020